Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever 2. Wie angekündigt werden wir dieses Mal eine neue Strecke bauen und zwar von Kirchzarten über Süßen und Uldingen-Mülhofen nach Radolfzell. Das hatte ich ja gesagt, dass wir das demnächst in Angriff nehmen und ich dachte mir, das können wir auch eigentlich jetzt direkt machen. Vorher gucke ich nochmal kurz, wie es hier so aussieht mit der Auslastung. Aber das scheint mir alles easy zu sein. Ich glaube ansonsten müssen wir auch noch keine Fahrzeuge ersetzen. Wobei, die könnten wir vielleicht, ich muss jetzt gerade mal gucken, da die ja auch in den Ort einfahren, würde ich mal sagen, ersetzen wir die. Denn ansonsten wird das ziemlich laut. Aber das haben wir ja gleich. Genau, einmal die. Und ja, ich würde sagen, dann können wir uns auch direkt an die Strecke oben setzen. Die Bahnhöfe habe ich schon mal gesetzt in Uldingen-Mülhofen und Süßen. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur noch verbinden. Und die Bushaltestellen habe ich zumindest hier auch schon. Hier fehlen sie noch, hier habe ich sie vergessen. Naja, egal. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir fangen hier unten an. Einmal die Gleise. Hier gibt es immer noch sau viele, aber mittlerweile sind sie immerhin mit Symbolen wieder ausgestattet. Das scheint wohl gepatcht worden zu sein. Es gibt auch irgendwie spezielle ÖBB-Gleise. Ich weiß nicht, warum, dass die können. Aber naja. Ich glaube, 250 steht hier maximal nur noch drin. Speed Limit. Ja. Wir gucken jetzt einfach mal. Wenn das hier Gleise mit Oberleitung sind, dann nehmen wir die. Sieht so aus. Und so, dann müsste ich jetzt... Ja doch, das scheinen die richtigen Gleise zu sein. Ja, irgendwo müssen wir hier raus. Damit wir da rechts in die Kurve reinkommen. Ich würde sagen, das können wir eigentlich direkt... So, das müssen wir hier direkt am Anfang machen, weil die ja hier zweigleisig fahren. Oder? Ich glaube schon, ne? Ja. Genau, also wir müssen direkt hier am Anfang raus. Dann setze ich mal zuerst das Signal, nicht dass das gleich rumspinnt. Nein. Genau, mit 60. So lange es gerade geht, bleiben wir mal an der Strecke dran und dann fahren wir aber in die Kurve. Hey, vorne wird die Geschwindigkeit niedriger. Ja. So, bis hier hin und dann zweigen wir rechts ab. Jawohl. Bisschen graben müssen wir zwar, macht aber nix. Aber wir brauchen eine Riesenkurve, stelle ich gerade fest. So? Ne. Oh. Ne, das sieht doof aus. Ja, komm, bauen wir erst mal ein Stück gerade noch. Ne, ich komme mal von der anderen Seite. Hier sollten wir auf jeden Fall zweigleisig anbinden, weil die werden sich auf jeden Fall logischerweise zwischen Süßen und Uldingen-Müllhofen treffen. Was bin ich? Ne, doch, ich mache es wieder so wie immer, dass ich das, hoppala, das Gleis 1 durchbinde. Uldingen-Müllhofen ist auch wieder eine etwas größere Stadt, hier werden wir dann vermutlich irgendwann auch Fernverkehrsanbindung haben. Beziehungsweise hier werden mit Sicherheit dann auch natürlich mehrere Linien fahren. Zumal das ja, ich sag mal, für den oberen Bereich relativ zentral liegt. Äh, so, wo haben wir denn? Da links müssen wir hin. Bisschen gerade können wir noch. Ne, Moment, andere Brücke. Was ist das denn für eine? Ne, die ist nicht so toll. 180, oh, nee, das war, äh, nein. Da ist nur 140, ja, ich glaub... Ja komm, was soll's, nehmen wir die halt doch. Hier fährt ja sowieso erstmal nur Regionalverkehr drüber. So, passt direkt, wunderbar. Achso, Moment, jetzt hab ich natürlich hier Bockmist gebaut. Die Weiche kann weg und wir bauen natürlich zweigleisig. Oh, hier können wir aber schön straight durch. Hier kann man vielleicht dann auch irgendwann in Intercity oder sowas fahren lassen. Weil das ist ja echt, äh, hier eine Spurstrecke, einfach nur straight geradeaus. Das ist ja sowas. So. Okay. So. 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 Nee, das wird zu komisch. Ich glaube, wir können... Nee, warte mal. Guck mal. 170 nehmen wir. Na, komm. Ja, gut. Wird jetzt ein bisschen nicht ganz so gerade, aber was willst du machen? Ist halt so. Irgendwas falsch angebunden? Ja, hab ich. Jetzt ist aber richtig, hoffe ich doch. Ja, sieht so aus. Ansonsten hätten wir es spätestens beim Linie erstellen gemerkt. Ob ich jetzt mein Gleis ende? Hallo? Ich hab ja noch... Ah, da. Okay. Äh, bin ich jetzt doof? Wir haben das jetzt geschafft. Achso, ich hab hier falsch angelegt. Komm mal weg damit. Ja, ich kann das mit dem Gleise bauen. So, jetzt aber. So, und hier hinten können wir dann wieder eingleisig machen. So, da hinten hab ich's vergessen. Einmal ein Signal. Äh, ja. Ja, auch wieder gerade durch. Also spektakulär vom Linienverlauf wird die Strecke nicht unbedingt. Aber kann mir zum Glück egal sein. Hauptsache sie funktioniert. Hat der jetzt gerade echt da... Ja, wobei... Oder... Hä? Okay. Da geht's doch ganz schön runter. Das hab ich gar nicht gesehen. So vielleicht. Oder machen wir mal so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das sah irgendwie alles sehr flach aus. Von oben. Aber so ist in Ordnung. Nehmen wir halt einen Talent 2, dann zieht der da hoch ohne Probleme. Wobei ich eigentlich auch ganz gerne mal andere einsetzen würde. Wir haben ja bis jetzt... Ähm... Ehm... Einen heftigen Frosch im Hals mal wieder. Wir haben ja bis jetzt an Triebwagen noch gar nichts außer den Talent 2 und halt hier den Kiss. Da würde ich eigentlich irgendwo ganz gerne noch den 1440er draufsetzen. Achso, Moment. Sind wir denn hier... Wir sind nah am Wohngebiet. Wir sollten gucken, dass wir ein bisschen davon wegkommen direkt am Anfang. Ja, wobei... Ach komm. Egal. Müssen die jetzt mit klarkommen. Wir haben fertig. Dann kann ich dann einmal die Linie erstellen. Und da nach Süßen auf Gleis 2. Genau. Da auf Gleis 1. Und da auf G1. Ja, auf G1. Sehr schön. Und wieder zurück. Und jetzt kriegt er es mit den Gleisen wieder nicht hin. Das war's schon. Dann ist das hier RB... 19. Hauptsache irgendeine Nummer. Ups. Kürze das jetzt mal ab mit Ulding. Adolf Zell passt eigentlich auch so gar nicht. Also der Name zur Lage der Stadt, sag ich jetzt mal. Weil eigentlich bräuchte man ja schon zumindest irgendeinen kleinen See. Sonst, ja, da es am Bodensee liegt. Dafür ist es hier relativ trocken, muss ich sagen. Aber naja, was willst du mal. Ist halt so. Ich werde hier nicht anfangen, Städte umzubenennen. Sonst könnte das dauern. So. Wieder gucken mal, was wir hier für Fahrzeuge kriegen. Ich habe auch noch mal ein paar neue installiert. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr ganz genau, was dabei ist. Weil das ist schon ein bisschen her. Und ich glaube aber, also der FLAT 3 bietet sich leider nicht wirklich an. Weil der hat viel zu wenig Kapazität. Und ist dafür auch viel zu teuer und viel zu langsam. Weil der kann nämlich nur 140. Auch wenn ich den eigentlich sehr gerne einsetzen würde. Hier. Was haben wir denn? Ne, warte mal. Ich gehe mal bei den Triebwagen rein. Wir werden auf jeden Fall einen Triebwagen holen. Ich glaube, Doppelstock ist im Moment ein bisschen übertrieben. Das können wir dann vielleicht später machen, wenn die Städte gewachsen sind. Und ich glaube, wir nehmen tatsächlich ein Coradia Continental. Ja, sind jetzt zwar nicht die schnellsten bei der Beschleunigung. Weil ich mich ehrlich gesagt frage, warum. Ich kenne die Dinger ja in der Realität. Die fahren ja hier auch für die Breisgaus-Bahn. Wenn die da ordentlich Schub geben, dann geht das Ding eigentlich ganz gut ab. Also von daher. Naja, aber kaufen. Wobei, brauchen wir einen Fünfteiler? Ne, komm. Wir kaufen erstmal nur. Wobei, der zieht nicht so gut. Komm, wir kaufen doch Fünfteiler. Ich bin mir sehr einig mit mir selbst, wie ihr seht. Ja. Bitteschön. Ich wollte gerade sagen, du wirst doch nicht schon wieder rumspacken wollen. So, ich glaube, das kleine Behelfsdepot können wir auch abreißen. Das neue funktioniert ja. Ich habe mich ja nur ein bisschen doof angestellt. Komm, trau dich. Wir müssen auch gleich nochmal bei unserem Güterzug vorbeischauen. Sehr schön. Mir fehlt übrigens immer noch ein Bewegt-Repaint. Wenn das irgendwer kann. Hier nochmal der Aufruf. Ich nehme das sehr gerne an. Das ist sehr schade, dass da bis jetzt noch nichts kam. Aber gut, bei Bewegt fahren die natürlich auch noch nicht so lange. Erst seit Dezember sind jetzt zwar auch schon so ungefähr oder ein gutes halbes Jahr, aber ich glaube, MRB ist da schon ein bisschen länger unterwegs. Dementsprechend gibt es ja natürlich eher ein Repaint-Tür. Ach so, Mist. Dreck. Das ist jetzt... Nee, Moment. Du fahr mal zurück. Der blockiert jetzt natürlich den... Wobei, ich glaube, der ist gerade in die andere Richtung unterwegs, glücklicherweise. Genau, der steht gerade hier unten, von daher kein Problem, aber der kommt so natürlich nicht auf sein Gleis. Außer er fährt jetzt... Also theoretisch schon, er müsste dann aber hier die komplette Strecke langfahren. In Nordheim wenden, über Ringsheim und Radolf Zell da wieder wenden und dann wäre er auch schon da. Ganz einfach. Ja, nee, das machen wir so aber nicht. Du kommst, ja, kommst mal auf die Linie und dann halte ich dich aber nochmal kurz an. Und dann werden wir mal sehen, dass wir hier... Ja, nicht schön, aber zweckmäßig, ne? So. Ja, irgendwie. Hauptsache es funktioniert, das ist gerade am wichtigsten. Wir fahren von hier drüben. Perfekt. Jetzt kannst du auch dahin, wo du sollst. Ich werde das Fenster jetzt mal kurz aufbehalten, damit ich auch gucken kann, ob er das auch tatsächlich macht. Und in der Zeit werden wir hier hinten schon mal das Depot noch bauen und Busse einsetzen. Ups. Na, komm. Ja, so geht's irgendwie. Passagierfahrzeuge und wir nehmen wieder den E-Citaro. Einfach, weil der schön leise ist. Achso, und wir erstellen vielleicht eine Linie vorher. Ja. Und hier unten noch. Ab dafür. Der hat alles richtig gemacht, wunderbar, sehr löblich. Und hier unten noch. Hier baue ich das Depot mal hier oben hin, damit die die Straße erweitern können, dass die auch von hier hinten dran kommen. Äh, so. Kommen wir damit überall hin? Sieht wohl so aus, ne? Gut. 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 So. Uldigen Müllhofen liegt übrigens auch am Bodensee. Ich weiß gar nicht, warum das hier so... Ist das Zufall? Passt irgendwie. Ähm. ja busse ich glaube hier brauchen war wobei das ist jetzt eine gute frage bauen wir wirklich ja doch kommen wir fangen mal mit bussen an emission 71 der hat 63 wie viel hat der 61 oder nehmen wir doch den ich kaufe mal direkt drei man kann nie genug busse haben wobei jetzt gerade tatsächlich kurz die überlegung da war hier nicht direkt auf straßenbahn einfach auszubauen aber ich warte damit mal doch noch ich glaube die haltestelle hätten eigentlich auch hier runter verlegen können naja egal wir lassen jetzt mal so fahren wenn das so passt dann ist ja alles super so einmal kurz in die städte statistik reingucken wie sieht hier aus überall sehr gut wunderbar das heißt wir haben aktuell keinen nachholbedarf mit kapazitäten oder so einmal hier rein gucken der 19 millionen plus das kann sich doch sehen lassen ich glaube der kann auch mittlerweile ja alles mitnehmen würde ich jetzt mal schätzen über 500 einheiten abgeladen nimmt knapp 270 wieder mit also passt wunderbar perfekt güterlinie läuft die können wir jetzt eigentlich einfach so laufen lassen glaube ich so wie sieht es hier aus sie werden 90 prozent bedient ich gucke jetzt gerade mal warum es in anführungszeichen natürlich nur 90 sind vermutlich ja genau paar häuser werden einfach nicht erreicht ich werde aber jetzt nicht ausbauen ich tendiere eher dazu das noch an andere städte zu verteilen wobei da jetzt im moment irgendwie nur nordheim oder eventuell ringsheim in in frage kommen aufgrund der entfernung ich glaube eher nordheim weil dann können wir nämlich die güterstrecke für nordheim hier einfach an die bestehende personen strecke anbinden wobei wir vielleicht den ort ein bisschen umfahren aber das können wir uns dann überlegen ich werde jetzt erst mal schauen der ist gerade hier wir werden auf jeden fall noch einen zweiten zug jetzt für die strecke kaufen nochmal denselben natürlich mrb fünfteiler ja im anzug sind die leider wie gesagt nicht die besten in transport fieber warum auch immer ich hätte die ein bisschen stärker gemacht würde ich auch machen aber ich weiß nicht wie es geht so der der ist voll okay folgendes das fenster halten und ach warte mal müssen eigentlich auch okay moment kein chaos ganz ruhig das fenster kommt mal hierhin und das fenster hierhin so damit ich die wieder teilen kann jetzt brauchen wir noch einen kiss ich könnte jetzt zwar hier auch einen sechsteiligen einsetzen aber ich glaube wenn wir den takt verdichten dann ist das insgesamt doch noch attraktiver das angebot als hier einfach nur den einzug den es gibt zu verlängern und es bei einem zu belassen dann fahren wir lieber ein bisschen häufiger dann nutzen die linie vielleicht auch ein bisschen mehr ich bin mir nicht sicher ob sich das in transport fieber so großartig auswirkt wie häufig jetzt in zu fährt aber ich hoffe einfach mal dass es eine auswirkung hat und dass sie jetzt hier was gutes tun ich meine aber ich hatte die strecke ja auch von anfang an dafür extra ausgebaut dass ja zwei zu gefahren können es hatte sich nur bis jetzt einfach nicht gelohnt weil es natürlich sein kann dass durch die anbindung hier hinten natürlich noch mehr leute hier mit fahren die dann von süßen kommen oder so und die dann halt hier umsteigen und dann da runter fahren ach so moment ich wollte ich warten lassen ihr seht das hier was der für eine riesen beschleunigungsstrecke braucht der schafft die 160 ja gar nicht auf dem riesen stück hier aber naja ich will ja auch nicht immer nur die teilen zwei einsetzen auch wenn die natürlich vom anzug her super sind also die ziehen halt allen davon langsam worüber ich mich auch noch irgendwann freuen würde wäre der zero hc über transport fieber 2 winzen warte auf frei wie ach so weil er hier noch steht aber du sollst ja dann sowieso warten so er kann los da kommt gerade die ab 13 auch da müssen wir irgendwann die züge ersetzen habe ich ja schon häufiger gesagt die beiden hier oben können wir schließen können nur 25 laden das aber wenig ich glaube also wir lassen sie jetzt erstmal ein bisschen laufen aber ich glaube bald kommt da doch eine straßenbahn das ist einfach wesentlich wirtschaftlicher habe ich das gefühl 24 jahre haben irgendwann wird es einfach zeit das machen wir aber nicht mehr in der folge weil ich sehe gerade wir haben schon 26 minuten und wir haben auch schon 13 uhr 23 an diesem montag an dem das video noch online kommen soll und das wird sowieso schon knapp dementsprechend machen wir ja auch gleich ende ich werde jetzt nur noch kurz warten bis der hier in hornberg angekommen ist und dann ist auch feierabend weil ich fast glaube dass wir hier noch ein bus brauchen wir haben jetzt drei stück ich kaufe mal noch einen vierten dazu weil wie gesagt stadt ist groß antriebstyp ross habe ich was verpasst da drauf da drauf jawohl meine herrn meldet sich auch mal wieder ist doch schön so ich alles klar haben wir das gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen hoffe das euch gefallen hat und würde sagen bis zum nächsten mal tschüss